Der hübsche Mann, bitteschön. Du, ja, wer sonst? Gibt es noch einen anderen hübschen neben dir? Bitteschön. Ich wollte fragen, woran erkennt jemand einen Zauberer? Woran erkennt man einen Zauberer? Das ist eine gute Frage. Erstmal das Urteil vom Zauberer. Der Zauberer ist allgemein im Urteil ein Käfer. Möge Allah uns bewahren. Des Weiteren solltest du wissen, die Jinn arbeiten nur mit einem Zauberer unter einer Bedingung. Wer kennt die Bedingung? Er muss den klaren, deutlichen Kuffer machen. Das heißt, sie verlangen von ihm zum Beispiel, dass er auf den Mus'haf, auf den Koran uriniert. Oder dass er die Ayat, die Verse aus dem Koran Al-Karim mit Menstruationsblut schreibt. Weil Menstruationsblut besonders Najis ist, besonders unrein ist. Wie erkennt man die Zauberer? Ein bekanntes Beispiel, wie man einen Zauberer erkennt. Du gehst zum Beispiel zu einem Raki. Raki ist derjenige, der Rukia liest. Und die meisten, so sage ich euch, und ich warne euch, sind Shaiatim. Das Erste, was sie dich fragen, wenn du sagst, diese Person hat die und jene Krankheit, er fragt dich, sag mir den Namen von... Von wem? Von der Mutter. So eine Person, brauchst du nicht mehr weiter mit ihm zu reden. Natürlich, warum fragt er nach dem Namen von der Mutter? Weil er arbeitet mit wem zusammen? Mit denen? Mit den Shaiatim. Wollah ta'ala, wala wa'ala.